Was kriege ich, wenn ich ihn treffe? Was kriege ich, wenn ich ihn treffe? Den Zapf. Oh mein Gott, ich bin der allerbeste Sniper, den es je gegeben hat. Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Freunde, heute ist es soweit. Es gibt mal wieder ein Video zusammen mit dem guten alten Maxify und zwar habe ich im Stream gesagt, schreibt meinen Leuten, die mich immer Stream snipen, dass sie mal Maxify Stream snipen sollen. Was daraus geworden ist, seht ihr in diesem Video, war auf jeden Fall ultra lustig. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit und wenn ihr auch mal live dabei sein wollt, checkt auf jeden Fall den Link in der Beschreibung, da findet ihr meinen Twitch Link. Da bin ich ganz kurz vor den 100.000 Followern und ich habe gesagt, bei 100.000 Follower mache ich mal wieder einen schmackhaften 24 Stunden Stream und Leute, falls ihr mich unterstützen wollt, beim Supporter Creator Programm benutzt gerne den Creator Code Fix, den müsst ihr alle zwei Wochen neu eintragen. Wir sind gerade bei 8.500. Wahrscheinlich, wenn das Video rauskommt, so bei 8.700, 800. Das heißt, bald haben wir da 10.000 Unterstützer und dann gibt es ein fettes Gewinnspiel im nächsten Video, wenn wir die 10.000 geknackt haben und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Video zusammen mit Maxify. Let's go! Als ob wir jetzt schon wieder Stream snipen waren. Schon wieder Marco, 100%. 100% der Marco. Marco, versuch Maxify zu töten, okay? Hier? Okay, da waren wir ja noch nicht. Ja, wir können auch hier Happy Schnipschnapp. Oh Mann. Keine Happy Schnipschnapp für mich. Kommen die? Hast du ihn tot? Der Cerox. Es ist glaube ich ein Scream Sniper. Warte, ich will ihn durchsuchen. Dann sehen wir seinen Partner. Siehst du sein Partner? Ab, ab. Oh ja, hat der gar nichts. Wer ist denn er? Ja. Ich weiß wer er ist. Los Maxi! Soll ich ihn auskaufen? Der hat mich getroffen. Wer ist denn das? Ey, für... Mein heiliger Stream Sniper hat dich getötet! Hä? Ich habe ihn beauftragt. Um dich zu vernichten, Maxi. Was ist denn das für ein Kack? Willst du mich verarschen? Ja! Was ist das? Bam, Junge! Hä? Was? Ich habe halt meinem Stream Sniper gesagt, er soll dich mal umbringen. Ich wollte wissen, ob er es schafft. Ich hatte kaum Metzen, kaum Leben. Und dich war verwirrt, weil du nichts gemacht hast. Dachte so, hä? Mein Meister Stream Sniper. Das ist sehr selber brech. Ja, tut mir leid. Oh man. Ich hätte nicht gedacht, dass es funktioniert. Ich habe gedacht, du klappst ihn einfach weg. Vor allem, ich bin auch noch an ihm vorbeigelaufen. Hier kommen noch welche. Zwei Leute. Ja, ich bin halt ziemlich low vom Live her, Alter. Gönn dir. C4, pass auf. Ich sollte mich nicht treffen. Hoffentlich bin ich tot. Alter, die haben unten. Ich habe keine Metzen. Hä? Siehste? Eingeplant alles. Oh mein Gott. Schau mal, Ben ist kurz eines. Er hat den 140 gegeben hinten. In der Ecke ganz hinten den. Oh, komm. Das sind jetzt deine Stream Sniper, oder was? Nee. Gut gemacht, Stream Sniper. Ich glaube nicht. Believe, Chat. Ja, du bist der allerbeste, Maxi. Kuss. Richtige Bots, Alter. Richtige Bots, Alter. Was war noch mal eben mit dem Stream Sniper für mich beauftragt, um mich zu okayen? Eh, 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 eh. Ich baue mal nach oben und werfe dich in den Tod. Nein, nein, nein. Will ich mich fixen? Komm her, fix. Nein, wir nicht mich... Du weißt, was hast du gerade gemacht? Nein, ich habe es nicht... Nicht was hast du gemeint? Das war nicht so gemeint. Ich habe dich ja wieder übernehmen. Fix, du wolltest sterben. Ich habe dir noch zwei Big Shilter gegeben. Uff. Nein. Was sind deine letzten Worte? 20 HP! Ok. Oh mein Gott! Ufff! Komm her! Hallo, 16 HP! 14? Oh oh! Jo, okay! Die zählen aber sowas von auf uns! Ja, Streamsniper! Hast du Heilung oder so? Ja! Hast du wenigstens Materialien? Nicht wirklich! Okay, besser als null! Er kommt, er kommt, er kommt! Links, links! Lass ihn kommen, warte! Passiert das? Ne, leider nicht! Das ist ein teftiges Streamsniper! Komm ganz runter! Ach mann! Ach, als ob du schon tot bist! Ist das low! Ich hab halt Komet, weil ich dir irgendwas abgegeben hab! Shieldbreak? Er ist hier, ne? Ja! Let's go! Bot! Du kleiner Maden-Bot, Alter! Wer bist du? Falls ein Loimax-Spam-A2 irgendwie bei mir im Chat ist oder so, band ihn weg! Und ich glaube, ich werde auch später mich mal an Epic ein bisschen richten, ne Leute? Aber Gott sei Dank! Haha! Connections zu Pento und so! GG! Machst du doch gar nicht! Ich hoffe, dein Account wird gebannt! Dieser Maden-So! Was hat der... Hat der dich... Hat der gedancet oder was? Nein! Da ist ein Medi-Kit hier drüben! Keine Ahnung, aber wir sind hier halt so out of nowhere und das ist direkt bei die Chopper zugeflogen! Ja! Hier! Guck mal, Mama! Ich versuch Maxi zu Stream-Snipern! Oh, ich bin so toll! Maxi beleidigt Stream-Sniper! Was ist denn jetzt los hier? Ja, immer! Ich kann es zu dir umwandeln! Also die netten Stream-Sniper, die sind ehre hoch! Da kommt noch einer! Ein Hit! Aus der Luft gesnipet! Hast du echt? Ja! Shit-Break! 60! Schließt du runter? Ja, klar! Oh mein Gott! Kann man auch klippen, oder? Hab ihn! Let's go! Du kleine Maden! Alles so schlecht! Was glaubt ihr, wer ihr seid, ihr kleinen Maden-Stream-Sniper? Nix! Nix können sie! Jetzt versuchen wir uns hier zu holen, aber gar nix! Ich hätte nicht die Stream-Sniper beauftragen sollen, dich zu holen, Maxi! Ich glaub, das war ein Fehler! Man kann keine Clips damit schicken! Ich weiß nicht, wie ich das aktivieren kann! Ich hab jetzt schon, glaub ich, zwei oder drei Stücke aus der Luft gesnipet, ne? Ich glaub, das ist der Bot oder so! Aber ich mach dir einfach einen Discord-Channel, wo die Leute die reinschicken sollen! Eigentlich auch, aber... Okay, der hatte leider kein Schild für dich! Als ob du heute schon zwei aus der Luft gesnipet hast! Ja! Wird dich nie wieder Stream-Snipern! Weil, weißt du, meine Stream-Sniper sind wenigstens lieb! Ja, Stream-Sniper können auch übelste Ehrenmänner sein! Ich frag mich, warum manche... Aber deine... Die werden halt von uns gelobt, wenn sie zum Beispiel Ludo oder sonst irgendwas Lustiges machen, weißt du? Ja! Warte, paar Mets bringen! Und dann haben die auch die Chance, zum Beispiel ins Video oder so reinzukommen! Weil, wenn mich jemand Stream-Snipern, also wo man's jetzt wirklich merkt, ich fennseh das oder schneid das immer raus! Oh, warte, ich kann ja hier! Warum hab ich nicht angst? Das ist ein Sufti! Das ist ein Sufti! Und wo geschießt er? Links oben, links oben! Zwei, äh, zwei hier! Siehst du sie? Lass sie die High-Ground pushen, oder? Ja! Ich flieg in sie rein! Einer hat 50er-Hit! White, knock! Hab seine Mets! Die von unten, äh, werden wahrscheinlich gleich hochkommen! Ja, einer versucht mich, glaub ich, High-Ground zu... Hat 44 Blue! Rennt weg! Ja, rennt um sein Leben! Ich weiß nicht, wo er hin will! Anderes Team kommen, glaub ich, auch gerade, oder? Ist einer bei dir, Mexik! Ja, ja! Knock down! Jetzt aber... Ähm, der hat den Heli geschnappt, das ist abgehauen! Scheiße! Hier, komm, wir machen Launchy! Oha, da oben ist Launchy! Ja! Nyauuu! 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 Alter! Draun hat mit einer mal bekommen, Pock! Irgendwo da vorne hat noch jemand geschossen! Rechts von mir ist... Ist der hier unten drin? Ich glaube, ja! Ah, ich hab ne... Hast du Heavy-Snipe? Ja! Hier, die linke one! Ich bliege noch! Sorry! Ach so! Kommt runter! 55 Shield Break! 27 White! BATZ! Hol ihn dir! BATZ! Was? A Heli kommt? Jo! Als ob, alter! Ich hab nen Ghosted bekommen zum Glück! Ich wurde komplett weggelasert! Boah, die sind Hardcore! Müssen wir wieder in der Arena spielen! Ich glaube, ich boxe mich neben dich! Hast du ein bisschen Healstuff nochmal? Ne, ne? Äh, Minis nur! Oh mein Gott! Ich bin noch da! Die launchen auch! In einen hab ich 100 abgezogen! Einer ist noch über mir! Wo ist er? Ist er oben auf dem Berg da? Der eine ist auf dem Berg! Und der andere ist... Oh mein Gott! Hä? Hö! Ich hab doch dazu gebaut! Oh mein Gott! Absolute Tryhards, man! Real Talk! Alter! Ja, Mann! Was haben wir denn für Gegner, Alter? Ja, keine Ahnung! Uff! 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 Mann! Meinst du das denn auch StreamSnap? Nein! Kannst du mich theoretisch noch... Ne, bei Agency auch nicht mehr! Ich bin raus, Maxi! Du musst es hier gewinnen, okay? Ja, moin! 150er! 30er! Ja! Moin, Alter! Danster, Danster, Danster? Ne, sind keine StreamSniper! Schau mal hier! Bobby! Bobby, Bobby! Lama! Ah! Wollen wir nicht direkt unten hin, oder? Ja, aber das sind halt Bots, ne? Wir müssen ein bisschen aufpassen! Du musst aufpassen! Du stirbst immer da durch! Ah, da landen welche bei meinem Lama auch noch! Jetzt ist hier einer! Ey! Oh, nice! Hast du den Hubs genommen? Nein! Ich bin wert! Okay! Ui! Bei mir ist jemand! Uff! Wollte ihn gar nicht so schön! Bei dir ist jemand die Kammer! Hab ihn! Alles easy! Okay, sein Mate ist auch gestorben! Nice! Ah! Noch einer am Dancen hier! Bro! Erstmal KD boosten! Man kennt die drei Kills, Maxi! Ich bin der allerbeste! Und du? Ich hab hier noch ein paar, die wollen gekehrt werden! Oh! Da kommen noch welche zu dir! Hä? Oh man! Hä? Da liegt ja auch noch einer! Was ist hier los? Wie viele Kills haben wir jetzt gerade? Ähm... Fünf! Okay! Es kann sein, dass die von Holly hier her pushen, ne? Mhm! Hast du alle Bots tot? Ja! Ah ne! Da sind nochmal zwei! Ich mach kurz den Chest auf! Irgendwo außen müsste der mit Heavy Snipe rumlaufen! Oh! Okay! Chat verbuggt! Er ist es nicht? Nein! Ach man! Ach! Rip! Was denn? Ja! Bitte töte nicht alle Bots! Wir bauen noch einen! Bitte sag mir nicht! Er ist in meiner Hand gestorben! Oh nein 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 oder? Doch! Er ist in meiner Hand gerade gestorben! Kann man sich hier verkleiden Chat? Irgendwo? Bitte sag mir nicht! Das war's jetzt! Er hat gerade reingesprungen! Bist du in irgendwas reingesprungen? Nee! Hier! Ah! Nice! Klar! Nice! Richtig Schaden gemacht! Ja! Gegner bei mir! War das ein normaler Bot? I don't know! Ich bin verwirrt! Skill-based Matchmaking mal wieder am Start, ne? Normale Bots! Der hat ausgeschaut wie so ein programmierter Bot! Ähm! Ist kein Dings drin! Keine Heavy Schnipp-Schnapp! Keine Heavy Schnipp-Schnapp! Alter! Wir haben auch ein Glück, ne? Ja! Wie immer! Ein-Hit? Zwei-Hits? Hier! Schnaib seinen Kopf! Ich mach P-Mack! Ey, pick dir nicht! Lass fliegen! Jetzt auf einmal, ne? Hast du ihn? Ja! Alter, du bist eine fucking Legende! Was ist hier los? Rainer! 15 Schaden! Oh, ich hab gar keine Schroppflinte! Ah, ich hab immer noch keine Schroppflinte! Alles klar! Er stirbt einfach nicht! Er kriegt zu viel Schaden immer! Echt schade, dass wir nicht zwei Heavy Schnipp-Schnopps bekommen, ey! Ja, ne? Hallo meine Freunde! Gegner, wo seid ihr? Perfrecklos! Oh! Hab ich gesniped? Raus, 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 raus! Pass auf! Bau, 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 bau! Aha! Hast du Damage bekommen? Ja! Aber ich hab ihn gesniped! Wieder! Hier! Alle Klippen! Ich sacke fest! Maxi macht einfach einen Stream-Highlight-Lieger in einem Stream! Ja! Ah, er ist so One-Shot! Nice! Ich hab schon wieder so viel Schaden bekommen, unnötig! Heute ist nicht mein Day, ey! Erstmal Medikit reinziehen! Da ist ein Jump-Up, ne? Bei dir! Ich hab zwei! Soll ich machen? Ja! No reason, no fun, oder? Ich find's crazy, dass überhaupt keine Schilder im Lama drin waren! Glaub ich nicht immer drin! Ist der Gegner da hinten? Hier sind so Bouncer, wenn du willst! 150er Hit! Da hinten! Einer launcht! Ne, einer! Ne, kann ich nicht nehmen! Schild-Break, der so rumjumpt! Gibt's da noch ne Snipe? Weiß nicht! Lass sie pushen, die haben vielleicht einer! Ja, ja! Soll ich, äh, launch? Jumpert! Jumpert! Okay, einer in der Box! Ja, aufs Dach ist einer! Lass Highground nehmen! Pass auf, der hat, äh, Rocket! Wir werden gleich so viel mehr noch hinkommen, ne? Wir müssen aufpassen! Wer fliegt? Hab ihn gelasert! Wohin? Der ist irgendwo unten, ne? Ja, ja! Ist weiter Richtung, Richtung Süden! Ist der unten mit Rocket Launcher? Das hier unten mache ich! Ich hör ihn! Soll ich Minigun? Bin drin! Schild-Break! Down! GG! Ich hab Heil! Ja! Schild, 50! Oh, übel Laser! Bin bei ihm drin! Er hat sich selbst gesprengt! Lul! GG! Vorsicht! Noch mehr? Ja! Die sind im High! Ja! Schieß sie runter! Hast du einen getroffen? Äh, ich weiß nicht! Ich glaube nicht! Ich nehm Highground! Einer ist Highground! Ah, ich kann nicht bauen! Oh mein! Einer ist zu mir reingesprungen! Ich muss kurz healen! Kriegst du ihn? Ja, ich hab einen! Nice! Ich bin zwei Blocks weg von dir! Ich hab einen Hopf genommen! Beide? Tod? Nur einen! Aber da ist ein Heavy drin bei dir! Äh, Schild! Oh, der ist lost! Er ist ganz runtergechumpt! Er launcht! Er launcht! Er launcht! Genau! In deinem Weg! Das ist jetzt zu schlimm gewesen! Das ist ne lila Tag! Warte, ich will noch ein bisschen die Sachen kurz nehmen! Hier bei mir ist einer! Oh, Zone! Hast du nen Launch? Ja! Vier! Sogar! Sofort, oder? Meinst du? Müssen wir überhaupt? Ah, ne, müssen wir nicht! Oh, fuck! Wir haben einfach weiter! Ja, lass Jump-Hit machen! Okay! Dann bisschen links rumfliegen! Nice aim! Aua! Pass auf, pass auf! Hinter uns war doch auch noch einer! Hast du gemeint, oder nicht? Jaja! Waren wir in den Busch? Ja, ich geh in den Busch! Genau! Ich hau mir kurz nen Mini rein! Ich habe keine AR! Waren wir Double Heavy snipen? Wo? Die Holzwand! Links die Holzwand! Die unteren, ne? Ja! Ah, warte! Oh, ne, ist oben! Einer kommt tot rechts! Einer mit zwei Hits! Ich habe einen Laser bekommen! Warte! Ja, wollen wir Box halten? Ja, klar! Dann bauen wir! Die sind halt schon gut nötig! Wir könnten theoretisch versuchen Highgrounds pushen, aber... Wir können auch einfach Sound fliegen! Lass Sound fliegen bei mir! Okay! Komm her! Mit Launch! Ja, Digga, Delays an uns aus der Luft! Ja, keiner aim! Da sind zwei, pass auf! Oh, fuck! Wir sind ultra im Sandwich! Lass ihn im Haus verstecken, oder? Hast du noch Schilder? Ja! Okay, ja, um uns rum mehrere Teams! Ich hab zwei Schild nur! Wir fighten da außen! What the fuck? Guck mal, wie viele noch leben, ey! Wie soll man hier großartig singen? Alter, wir müssen hier mehr schwitzen als in der Arena! Wie biggis hast du noch? Ja, nur den einen! Ah, okay! Aber ich mein, das fühlt sich an wie... Fuckin ranked, Alter! Ja, echt so! Ey, was ist hier los? Ich weiß auch nicht! Neuen Spieler noch! Wir müssen eigentlich den High oben nehmen, aber da ist halt ein Team! Wir müssen halt einen irgendwie übers Low schießen oder am besten knocken! Wir lesen fast genau über uns! Alles klar! Wollen wir sauen gehen? Ja, komm! Lass einfach mit sauen, oder? Jo! Einer grabelt sich zu mir! Alter, was ist denn das? Ich hab gedacht, wir spielen in Pubs! Ja, sonst sind die Gegner bei mir fast immer, wenn ich online spiele, dann versuche ich Challenges zu machen! Dann guck ich mir die Gegner gestern an, wo du gespielt hast! Ja, Mann! Das war aber auch anders los! Rechen aus der Luft snipen? Was krieg ich, wenn ich ihn treffe? Was krieg ich, wenn ich ihn treffe? Den Sub! Oha! Ich hab halt nur ne... Mann! Einer rocket rund! Er crankt! Kannst du runter schießen, Lena? Nee, er schießt mich runter! Einer grabelt! Wollen wir ein Stück hinter gehen? Ja! Oh mein Gott! Ich bin der allerbeste Sniper, den es je gegeben hat! GG! Ja, ne Gegner! Quickscop in seinen Maul, ey! Richtig so! Wollen wir den unten? Ja, ja! Ah, ein anderes Team! Oh mein Gott! Er hat wieder unbegrenzt Metz, Alter! Ja! Ja! Ja, ich muss Minis ähm... Gernis nehmen! Ich wurde gelasert! Hast du ihn? Nein, noch nicht, aber er ist überhaupt low! Keine Ahnung! Ja, auf dem Berg! Neben uns! Ich werde voll gesprayt! Ja, komm, Alter! Ey! Solche Plebs auch noch! Ich komm zu dir! Ich komm zu dir! Ich glaub, du kannst mich kriegen! Nice! Die schießen auf die oben! Minis? Minis im Busch! Oh mein Gott! Lebensretter! Danke, Chat! Wie viele? Vier! Oh mein Gott! Chat, Alter! Chat ist so bay! Pork einfach! Ein paar Herzen in den Chat! Ja! Oh mein Gott! Danke, Chat! Ich hab noch nen Launch! Hier, ich geb dir mal! Nein, nein, nimm du! Ich hab Grappler noch! Okay! Lass, wir müssen hier irgendwie hoch! Versuch, im Sound zu gehen! Ja! Ja, wir sind hier im Sound! Alles klar! Alles klar! Ich glaub, ich hab nen Double Headshot bekommen und dann noch nen Aya-Kugel! Hatte Spaß! Ich hätte bei uns sollen! Ja, Bro, das war's! Safentity ist offen, ne? Ja, ja! Aber... What the fuck, Alter! Wie fühlt sich das an? Schmeckt! Auf jeden! Ja, GG's an der Stelle, ne? Einfach nur... Einfach nur GG's! Ich hatte, glaub ich, 8 Kills! Wie viele Kills hattest du? Ich hatt sieben, glaube ich! Ich hatte sogar neun Kills! Pork, Mann! Und wir sterben, weil... Einfach... Ach, Lust! ON wieい Kahlo! Das war schon mal bei mir! Das war's! Das war's! Und wir, die Bankele-Basch.